Herzlich Willkommen. Hier ist der Eingang von Gemago gemalt, gegossen und gesprochen. Es tut mir ein bisschen leid, dass die Skulpturen hier noch am Boden stehen, denn sie trocknen noch die Podeste. Sollte der Eingang von Gemago gemalt. 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 Viel Spaß und vielleicht kommt ihr noch in diesem Wochenende zu Gimargo in Glon, Bayern, Klosterweg 7 in der Klostergalerie.